Servus Leute, wir sind zurück bei Schein. Ja, wir haben da jetzt den, ich würde fast sagen, Endgegner wahrscheinlich schon. Und wie funktioniert das ganz genau? Ich muss dem irgendwie die zurückschießen können. Oder können es nur die... Wie kann ich das zurückschießen? Wie kann ich das zurückschießen? Ich habe es gerade einmal kurz geschafft gehabt. Ich würde einmal trotzdem weiter herumhüpfen probieren, bis ich das herausgefunden habe. Bis das Zufällige... Ich kann die irgendwie dann umlenken. Ah, ich bin so dumm. Wie kann ich die umlenken? Wie kann ich die umlenken? Das muss ja irgendwie funktionieren. Da muss ich einen Trick geben. Nein! Okay, ich kann die nachher, die großen, kann ich steuern. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt einen roten herprojiziere mal, versuche, herzubekommener kommen, einen ganz geraden roten. Ich will einen... Ich könnte einen blauen... Nein, einen roten, das passt jetzt. Jetzt ausschalten nicht. Okay, jetzt ist der da oben. Mit rot müsste er da wieder zurückkommen. So. Jetzt hat der Ding geschluckt. Was? So, jetzt ist es wieder eingeschlagen. Keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. So, jetzt schalten wir den aus. Und den roten ziehen wir sich wieder darunter. Schlag ein, schlag ein. Bam. Warum machst du das? Das ist super. Jetzt habe ich nur mehr grün und blau. Ah, was... Okay. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir eine grüne bzw. blaue Flamme da hinbringen. Also nein, das ist... Ich muss den wieder abschießen. Mit einem grünen oder mit einem blauen. Oder ist es auch ein roter, okay? Jetzt muss ich da runter. Genau. Das heißt, ich muss dich nicht umbringen. Das ist ein Vogel. Na sicher, würde ich das machen. So, einmal. Ich muss ihn gleich von unten treffen. Die einzige Möglichkeit. Nein, du wirst mich nicht umbringen. Ja, du wirst mich nicht umbringen. Ja, wie... Ah, ich kannte die... Da muss ich nachher umschalten auf rot, dass der die Flügel verliert. Die Flügel sind sozusagen Schutzschilder. Nein, jetzt hätte ich ihn gehabt, ich hätte nur stehen bleiben sollen kurz da. Ich will da wieder ein blaues haben, das kommt mit, genau, nein, da ist er wieder so eins. Boah, ist das ein schwerer Entgegnung, finde ich jetzt. Ich warte einfach bis ich blau... Na, so geht es auch nicht. Muss herumhüpfen, das bringt nichts. Ah, jedes Mal vergesse ich, dass da der blauer ist, ja. Ah, wieder zu früh. Es kann es ja nicht sein, dass ich das jetzt jedes Mal vergesse. Ah, das hätte ich abschalten müssen. Muss man das irgendwie herholen und dann sozusagen irgendwie... Konflikte raus. Habe ich mich jetzt nicht getroffen? Ich soll nicht denken, das wäre so einfach. Nein, du wirst mich nicht verletzen. Das geht mir aber nicht mit dem... Geht es nur mit Grün? Dann hat er keine Greife sozusagen. Ja, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, es ist nur Grün, dass ich das machen kann, irgendwie. Weil ich jetzt die Vermutung. Nein, wieder hüpfe ich da rein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Komm, schick mir da eine blaue rüber. So. Jetzt ist es rot gewesen. Ich brauche jetzt schnell blaue rüber. Nein, du wirst mich nicht verletzen. So. Probieren wir es jetzt noch einmal. Ah, jetzt hüpfe ich genau rein. Bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt einmal getroffen habe oder nicht. Weil jetzt hat sie gesagt, you will not defeat me. Hey, da oben wäre auch noch eins. Wie funktioniert das, Leute? Ah, jetzt habe ich vergessen, dass es dann grüner ist. Hm. Jetzt sollte ich schon langsam aus, wenn ich wissen. Nein, du wirst mich nicht verletzen. Nein, du wirst mich nicht verletzen. Nein, du wirst mich nicht verletzen. Jetzt habe ich es auf das rote geschossen, nicht auf das grüne, so wie ich es wollte. Das ist es auch nicht. So, blaue gehören nicht auf das rote, dann probiere ich einmal aus. Ah, dann probiere ich einmal ein rotes aus jetzt, um zu schießen. Auf das blaue. Ich glaube, ich habe jetzt aber nur... Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Ich bin nur herumgehüpft. Ich bin von alleine wieder zurückgezogen. Ich brauche ein... Ah, zu früh auslassen. Ich verstehe es noch nicht. Hm, vielleicht kann ich machen, dass ich ein halber, das in die andere Farbe sozusagen machen muss. Ah. Ah. Dass ich sozusagen, dass er sich nur beschützen kann, irgendwie. Jetzt hätte ich ihn gleich... Das ist gerade so blöd gewesen, dass der 1 zu einem blauer Eis noch zusätzlich gekommen ist. Okay, reinhüpfen darf ich in ihn auch nicht. Hm. Ah. Wenn ich wüsste, ob da jetzt irgendwie... Ah. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das machen soll. Vielleicht muss ich von oben drauf hüpfen, oder? Ah. Ja, jetzt kommt genau ein Schuss, natürlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich probiere hier mal ein rotes aus. Es gibt ja nur blaue. Ah. Also ich muss ja das blaue sogar eingeschalten lassen. Ich verstehe es nicht. Das ist was... Ich verstehe es nicht. Nimm mich. Du. 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 Ich verstehe es nicht. Du. Du. Nein, du wirst mich nicht zufrieden! Ich verstehe es nicht. Jetzt probiere ich unten, wenn ich bin, grün einzuschalten. Nein, du wirst mich nicht zufrieden! Nein, jetzt schießt er genau da jetzt gerade hoch, wo ich runterspringe. Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich ihn so oft getroffen. Ich bin so oft nachher auch gestorben. Ich denke, er wird sich mit dem ausschützen. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich machen soll noch. Nein, du wirst mich nicht zufrieden. Nein, du wirst mich nicht zufrieden! Nein, du wirst mich nicht zufrieden! Ah, falsche Taste! Ja Leute, schreibt es uns in die Kommentare, vielleicht habt ihr hier eine Idee. Ich werde mir das aber auf jeden Fall auch anschauen. Irgendwie keinen Plan wie. Ja, und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir das schaffen. Bis dann, ciao Leute! Bis dann! Ja! Bis dann. Bis dann!